Leute, was geht ab? Ich nehm euch heute mal wieder mit, aber vorher appreciaten wir kurz meine neue coole Hose. Ich hab ganz schnell gemerkt, dass ich heute ins Nagelstudio muss, aber vorher hab ich meiner Mama Bananen gebracht fürs Pferd und die Bonnie hat sich riesig gefreut, mich zu sehen. Dann ging's auch schon ins Nagelstudio. Ich hab mir diesmal die Farbe Rot ausgesucht. In meiner Story könnt ihr auch schon das Ergebnis sehen. Mein Freund fand die Nägel übrigens auch ultra nice, das hat mich riesig gefreut. Dann war ich zu Hause, hab mir schnell was zu essen gemacht, hab noch ein paar TikTok-Tänze vorbereitet und dann ging's auch schon los ins Auto für mich. Alle Dortmunder wissen, wo ich gerade bin. Ich fahre nach ganz, 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 ganz oben, war dann fertig mit meinen TikTok-Videos und hab spontan einen neuen Spot entdeckt. Da war ich richtig fertig schon, hab mir dann ein Starbucks-Getränk geholt und dann hab ich noch ein paar Fans getroffen, hat mich voll gefreut. Dann war ich zu Hause, hab gemerkt, ich muss noch eine Story posten für Ocean's Apart, das hab ich dann auch gemacht und endlich ist mein Tag zu Ende. Ich wünsche euch ein schönes Weekend.